ich habe doch gesagt copyright beweist er hallo meine lieben freunde ich bin's wieder bei swp ist hier euch ein auf den nerv wir könnten auch klicks boxfights duo film machen 80 vom statische ziert ist ich warte immer noch auf dich ein klicks boxfights dran können auch wir können auch auffüllen machen das ist mal so okay ich wechsel ich weiß dass ich bin nur eingeschrieben ich bin da ich spiele gerade erste runde heute ich habe noch gar nicht gesagt kleiner fun fact hier war sie bei mir drin okay heute morgens habe ich mit leuten gesagt ich spitze non stop in box fort er so weil ich gesagt habe bot er kommt sagt kommt so zu mir kommt 1 gegen 1 1 1 1 1 ich glaube das so ich da wohin die ganze zeit nur gepick exter digga muss sowieso mein arsch ablachen ja geil weil die ganze zeit sagt kommen wollen wir ja da wurde dann am ende gekegt alte kommen wollen wir wollen kommen wollen wir wollen der arme wurde immer gepick ex also heute bin ich auf fiktikstrasse wenn sie sich heute wieder durchcarryen im stream im stream machen wir ja und 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 Nein! Hättest du nicht in der Wallball müssen, ne? Ja wollte ich ja machen! Ich hab 200 Schaden bei dir gemacht Buh! 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 Ja du hast zwar ein Damage gemacht, aber ich hab mich hochgehielt Oh Baby! Nein! Wie viel A1? Ja okay Er hat sich eh nicht gelohnt zu pickaxen Ja! Es wären 3 Hits gewesen Ich hätte noch einmal mit A, ja Ja! So ich sweat jetzt rein Digger Nein! Nein! Er hat wieder gar keinen Bock mehr, oder? Ich könnte mal probieren, was ganz Neues auszupacken mit meiner Maus Ich will eine richtige Schuchtelform, Digga Hm Du egeliger Wichser Du kleiner Go, alter Er hat 1 Hab Schön juckt mich nicht, alter Wir haben gesehen, wer sich jetzt die ganze Zeit gepickxtert Ja, ich dich nicht Oder in der Arena auch Weil Leute gepickxtert Oder in der Arena auch Ja, im Minagen Bis zum nächsten Mal. Ich probiere jetzt eine neue, das neue Ausstieg, aber das ist scheiße, so irgendwie. In meinem Bildschirm, warte mal, so. Hä, was, hä? Ich meine, du musst jetzt ein bisschen trägen. Äh, es baut nicht. Hä? Ich leck rum. Cool, Digga. Ich lösch das Spiel. Ich bin auf, hau rein. Digga, ich leck rum, Alter. Was ist das denn für ne Scheiß, Alter? Ich hab gebaut, aber bin ich zu dir runtergeflogen. Keine Ahnung wie. Hä, what the fuck? Hä? Nein! Hä? Die Hand, die Hand hat gestartet. Guck mal, ich hab drei, drei Damage mehr gemacht, so. Hä, wieviel Stand hab ich denn bei dir gemacht? 30, haha. Und du auch 30. 203. 202, wir kommen mit der 20 immer näher. 17 Himmels Stimmen Isn't das so schlimm? Stimmen ich hab dich gekleppt du kleiner ja gooo weil ich einfach alles übernehmen ich bin der heilige was alles war deins ich konnte gar nichts ich kicke dich immer nach aus digger was du bist betrunken muss ich hab gedacht kinderfreundlicher inhalt warum das du fatze ich hab dich kurz geritten alter ich liebe es ich war jetzt hier gleich gekillt alter alles gut seid ihr gegönnt digger ich hab mal ich habe ich gestern arena durchgekehrt das ist aber dank ich hätte auch ganz einfach aufgeben können hätte arena punkt kaputt machen können aber ich hab den sieg gegründet digger ich hab den scheiß bauch geschossen alter ich hab den scheiß bauch geschossen alter und er halt drum war ich in spitzhacke ja Nein, nein, nein. ich werde dich vergessen ich bin so dumm scheiße jetzt mir reicht es ist lange genug rumgespielt wie der drauf war bei mir cool fotzen spiel alter gespielt von kleine kinder ficken was youtube nicht schweren das war nur ein auszusehen ja 50 ja wohl 60 glaube ich sogar keine ahnung habe ich nicht geguckt ich hatte 60 bin ich jetzt zu 30 hoch sorry 30 30 hatte ich ich hatte 80 ap ja 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 Oh, Baby. Wo ist das so hart? So ein Lacker, Digga. Hm. So scheiß, Alter. Aber man, ich pickaxe, das kann man mir nicht nehmen, Digga. Dabei nicht besser als du. Im pickaxen bin ich einfach. Ich hab' dich auch noch nie mehr pickaxe. Digga, was soll ich tun, Alter? Ich hab' gedacht, da ist keine Mord. Ach, Fake-Dotty, das Game. Ich dachte, äh, schön, 10, 20 AP. Schön, das juckt mich nicht, Digga. Ich hatte zwei oder so. Mein Game lag übelst. Jetzt geht's wieder. Ach, Digga, du hast so viel Lack in deinen Hosen, ne? Digga, du hast so viel Lack in deinen Hosen, ne? Ich weiß ja. Digga, scheiß drauf, Digga, jetzt geh ich nicht mehr auf, Digga. Ich schock mich nicht mehr. Jetzt bin ich Angry, Digga. Jetzt bin ich Angry, Digga. Jetzt ist mein WLAN irgendwie, Digga. Ah! Was mach' ich denn da? Ich fühl's, Digga. Du auch? Ja. Tod. 신방beecker. Und dann hast du Pindlichл Almat Danskyl. Und du nützlich bist sicher überhaupt bloß useinchen Sean mehr auf. Ich glaube ja, das Gegenteil, ich lass mich trotzdem Unlike eineероistische Entexige Deutschland institute出來, ich lass jetzt nicht mehr unsere chestprecher Diana sein. Pindlich tun Sie gar nicht die grob. das wird auch vor allem sein, deals Luna unverständliche. ein game leichter nicht zu wenig mit dem jetzt reicht es mir jetzt jetzt ne verspielen beendet wir können auch gleich wir können auch gerne du zocken vorweg was soll ich machen? alles gehört dir! ich hatte wieder 30 hafee ich hatte wieder 30 hafee ach digga was soll ich machen digga? weil strippy ist angry geil, geil, du bullshitted, geh weg, ich lösch dich aus meiner feld, du kanalbo oh ach digga verpiss ich da digga du bist der scheiße alter ja hihihi hihihi komm ich bin du mit dir zock ich gar nichts mehr digga geh mal weg alter ich bin jetzt sehr koran da ich mir wenigstens was zum essen um kurz hätte ich irgendwann so weg schütten als ich hab eh keine freundin mehr also kann ich durchtalken haha ich hab nebendurch ich bin zu kleiner wasser ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mit deiner Stimme Warum? Mit G6 oder wie? Absolut scheiße Ich geh erst jetzt weiter, okay? Hä, was? Mach doch mal nochmal, Digga Was ist denn? Mit deiner Stimme, Digga, die ist so tief Besser? Nein, wenn es noch schlimmer Keine Ahnung, hä Ich bin ganz normal, ich schwör auf mein Leben, Alter Digga, was willst du? Okay, besser so Digga, was los? Ich schlief gleich, wenn du weiterlachst Du hast... Digga I swear, you have Stimmverzerrer Hm, hm, ihr habt gerade gar nichts drin, hä? Wollt ihr mich halt verarscht? Hält dich doch mal im Steam Wir gehen kett, Digga Warte Warte Ich muss kurz mal hingehen Das war ne Scheiße, Digga Du beschwarzt mich grad Hey, geh'n wir um Oh, ich bin grad aufm See Aufm Seele, du verarscht Hä? Hey, geh'n wir um Oh, ich bin aufm Seele Aufm Seele, du verarscht Hä? Hä, das ist zum Beispiel noch irgendwie Ich rede so grad, normal Hä? Hä? Hört sich das dann so komisch an, wenn du normal redest Keine Ahnung, hä? Ich schwör grad, ich rede normal Hä? 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 ich bin dein vater wenn du jetzt noch zuguckst schreibt mal in chat was du sagen willst ob es sich nach mir anhört oder nicht 100% real alter ich kann kurz gucken aber ich meine wo ich nicht aus habe aber ich habe eigentlich aus hier das ist mein volkschanger so ist mein volkschanger es ist gerade meine ganz normale stimme ich habe gerade nichts an die opfer hat die ganze zeit mit einem anderen bei glaube ich auch verletzt man eben viel noch mit schulistiger 8 ich habe kaufgeld okay wir sind ein paar tag oder online ist so ein hässliches genau da ja das war auf die gehen wir durch seine marschallallah ich war froh hast du problem hans bitte ja wo sind die denn ok misst sie so kannst du mir den runterwerfen auf ihre und mir geht auch mir geht noch aber nicht doch kannst du kommen ja ich bin da sind die im haus wo sind die däger über mir sich reinkommen oder was ich bin unten ich bin unten einer noch ich habe lags ich habe lags fack er ist reingesteckt er wusste hin mit impuls das hat mir überhaupt nicht der ist irgendwo geruscht nein der ist impuls ich habe doch gesagt ich habe lags guck mal wie ich dieses game hast du alter ganz ehrlich guck mal ich habe gerade solche lags aber ohne grund weiste ich habe ich habe lags ich bin runtergeglitscht ich meine es gerade ernst okay dann liebe ich jetzt halt mit verlassen verlassen wir sagen sie gelaufen guck mal wie ich gerade oben ich habe ja alles ich bin gerade nur drauf gegangen voll der mensch was ich gern wissen würde wo der fucking mate hin ist ich habe da hinten was gesehen was runtergerufen ist irgendwie mit dem auto oder so keine ahnung bei dem haus ist jemand runter habe ich gesehen kurz nein ja wir müssen A-Zone wir müssen A-Zone ich weiß aber trotzdem hättest du ihn verhören müssen die Kopfschild ist weg alter achso ich hätte ihn scannen sollen ja ich habe vier medis einfach ich habe einfach in 100 lopping wow so eine scheiße alter ja wo willst du denn lang gehen wir müssen so ach nein mohammed haha lass mir den clap mal ja witte lazy so betwen lass mir den mohammed clap mal da ich guck mal bloß ob hier noch ein auto ist ah hier ist kein zimmer sein ist ein auto ne bei mir wird er kein auto angezeigt das ist seine scheiße komm her wir müssen zu mohammed gehen guck mal was da für ein bauf halt war mein gott da hinten ist buschi wo ist der mohammed aber guck mal der ist bestimmt schwitzer digga der hat ähm zwei skin ja genau der hat farbbomber äh man wie heißt denn die die hab ich auch punkte spezialisten genau was denn da los mohammed wurde getötet von anonym mohammed ali haha oh sorry jungs da sind sich nur solche mädchen da am stream wir werden gesucht ja 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 ich werde gejagt ja ich habe eine na vor uns warte 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 keine ahnung was haben die warte warte ich sag warte alter ich sag warte ich hab ne sniper ich hab da auch eine ja ich sag aber warte dann habe ich nämlich nicht ich hab gar nichts er lasse umgehen lasse die zone abfahren mhm legit mhm deine mutter sind transduckenes bastard kind sorry aber ich muss grad austauschen oben einer shitcrack die kommt die ist noch ein biggie white weg 31er blue weg wenn ich dieses auto von da hinten mach auf den treasure mach auf den treasure ja lass die anderen durchziehen was macht denn der digger überhaupt warum habe ich jetzt die graue tag dabei ja kannst du mir das erklären warum habe ich lags was war nicht machen was war mal was war 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 sch war 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 Komm, ping die runter Ja, wie soll Ich hatte noch Medis Ja, mal kannst du mich noch rebooten, Digga? Ey, probier das mal, ja Ja, still die Hä, war das eigentlich ein anderes Team, die da mit dem Auto weggefahren sind? Ja Hast du mir noch still die droppen? Was kannst du doppen? Still die Ich glaube, bei dir ist noch das Medi, das kannst du noch nutzen, da musst du durchgehen Die soll ich selber uns Wo liegt denn der Loot? Daumen, 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 daumen draufgegangen wirst Und unten liegt auch noch was Na, Bruno oder so ne Scheiße Das wenigstens Ich hab die A500 gedroppt Okay, Medi hab ich auch dabei Perfekt Willst du Medi haben? Ich hab noch 3 Für immer eins Nice Top 12, Alter Schmeißt mal Das poppt wieder nicht Cool, 80er, ich hab solche Lecks, ne? Ich hab halt eben noch gejagt, ne? Das ist das Lustige Ja, aber nicht Hm Hm Da war ein Bild für diesen Spruch, du Aber von hinten könnten kommen, save glaube ich keine mehr Retail, 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 Reboot Oder? Das ist doch ein Reboot oder nicht? Das ist doch ein Reboot oder nicht? Wo? Hier, bei Retail oder nicht? Bei mir leuchtet sowas Ja, bei mir auch Ja Ja Hä? Ne, es ist kein Reboot Ach, keine Ahnung, Alter Wo? 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 Jaa Da war so scheiß Snap, Alter Ist der weg? Ich bin On you Ich bin vorne Ich komme mit nach oben Unter mir, unter mir, unter mir, da Ich hab die Hand überlebt, ich hab die Hand überlebt Niemand, er sagt bei der Shitcrack, ich hab keiner Shitcrack gewesen Doch wirklich, der Roboter war Shitcrack und die Fußballerin war auch Shitcrack Der Roboter war bei mir aber nicht mehr Shitcrack Ja, er hat sich wieder gehealt, ich hab Loote gleich, scheiße, ich hab noch Medi, Sorgen kommt gleich, alles kacke Kriegst du mich noch hoch? Nee, oder? Ich hab die größten Lacks, genau Ja, die sind hier unten, bei mir Hä? Guck mal, das musste man klippen Ich war doch drauf Nee, ganz ehrlich Ich, 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 mach jetzt immer Gott, von der Binde Es macht doch keine Binde Du bist drauf Dann bist du aber auch wieder nicht drauf Ganz ehrlich Fuck mich ab Ist meine Stimme immer noch so tief Ja Mashallah Safe bug Was ist los? Ist ein Bug Warum ist es ein Bug? Weil ich drehe dich ja auch grad extra so Ich hab schon mal nachgedacht Ich spiel's Among Us Nein Auf Handy, Digga? Ha? Auf Handy oder? PC Sag mal, wann geht's immer, wann habe ich stoppen, Alter Among Us starten Ich bin Genau jetzt starten wir, glaube ich, nicht im Among Us starten wir uns jetzt Wohin? Sweaty? Pleasant? Wohin? 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 Ich hab keinen Sound mehr, cool Ach, Digga Warum ist es eigentlich immer, wenn ich Streammann haue bei dir mit dem Ding Oh, ich hab keinen Sound Okay Dann hör mal Ich hab kein Sound, los gehts Ich war so Scheiße, Digga Und ich hasste nicht mal, ich hass gerade noch Blue House oder du komm mit zwei landbaden sind bei dir digga ich lag gegenüber von dir ich hab tag hilfe hilfe ich komm ich komm ich komm ich hab lila tag ich habe auch eine ich komme ich komme ich komme ich bin ich bin bei dir hat er steht weg hat er steht weg hat er steht weg das kommt nicht da kommt nicht da kommt auf mich drauf nächster kommt von da hinten nächstes duo komm 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 ich hab Medi ich hab Medi ich halt die auf Einer hat 2x31 Volt Wo? Da ich busche die oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich brauch den finish direkt schaffst du? geh nicht drauf bitte Nein Warte abwarte 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 hab ich mich um mich um nice maschine ja ich hab ein karina points geschafft geil er bei 3k gerade ne ne ich bin bei 6 bist du nicht du kleiner go ich weiß es doch boah dann siehst du es denn im stream habe ich 100.000 punkte deswegen kannst du es ja dadurch nicht ablesen ich weiß es dass du 3k hast du kannst mich nicht anlügen und ich hab ne goldene pistol gerade wie viel luck müssen wir eigentlich haben dass wir beide ne tag bekommen einfach ne wieder ne und noch ein biggie und ich hab Minis für dich ich hab ein biggie und ich hab ein minis für dich ich hab ein biggie und ich hab ein minis für dich ich hab ein biggie ich glaub zwei musstest du usen oder na niger ich nehm noch nen pilz ich nehm noch nen pilz ok ich werd da wohl noch nen pilz finden für einen hp ne minis kannst du mir mitnehmen ja wenn wir auf die gehen die sind wohl cat die werden wir mit dem auto hin ich ne noch ein biggie ich hab auch noch nen biggie und den impulses hab ich ich hab so viele legs tatsächlich hasse es durchsge Minis hab ich noch noch nen biggie hab ich äh noch nen biggie ich hab zwei biggies und drei minis was willst du mir biggies oder minis ich hab zwei biggies ich hab ein minis und biggies dabei ich hab drei minis und zwei biggies ich hab drei minis und zwei biggies okay wenn wir zu den gegnern jo warte ich werd denk ich mit auto hin cruisen können wir ich hab hier ne karre n schönen hab ich bekommen ich mach was nicht jung die sind gar nicht mehr caddy die sind gar nicht mehr caddy digga ja geil komm lass hin lass wir fahren hin wir fahren hin ja doch die sind da die sind bestimmt da beim fluss denk ich mal Hit, hit, hit On me Was Beide on me Ich tue einen Harpoon, ok? Wenn ich freu es, ich darf Was, beide? Pistel, ehm Steh mir doch die nicht so weg, Digga Digga, das war grad mit der Pistel Laber nicht Ich hab grad mit der Pistel drauf, weil ich hab nur eine Pistel-Zaubwaffe Moins, moins, moins Lass mal zu den anderen Hä, wo ist denn der ganze Loot? Als ob das nur der hier ist, Digga Das ist hier runtergeflogen Ja, der andere liegt da hinten, wo ich gecurlt hab Gehen wir los? Hast du den Gegner? Ja Digga, so eine Legende Ich hab drei Impulses Soll ich den Bid droppen? Ja, ja, wär nice, wär nett Ey, die müssen ja safe irgendwo vor uns in nem Haus sein, denk ich mal Die kämpfen, die haben Schiss Haben sie auch Was auf sein, sehen wir dir diese Wachen Ich werde jetzt ein Harpoon Sepp bauen wir in die Wachen Ja, kann sein Oh, da Ja Ja Hier ist ein Biggi Wer sind die denn? Ich hab ganz selbst gehört, glaube ich, aber War aber nicht von dir waren Okay Vor uns, vor uns, vor uns Ja, aber wo? Wollen wir hin? Auf Main oben rauf? Ich hab Legs Ja, ich geh mal auf Main Sehen wir mal, wenn ich jemanden head flirte Hä? 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 Wo? Keine... Guck mal, wo die sind Die Ränder Hä? Wo rennen die? Wo sind die? Die sind da hinten irgendwo Hä? In dem Busch? Ich werde gejagt, ich werde gejagt Hier, vor mir, vor mir, vor mir Die sind da in dem Busch, Digga Nein, die sind vor mir In dem Busch sind aber auch welche rechts Pass auf, dass die nicht snipen Das sind doch da, da ist doch der gelbe Kreis, Digga Aber genau auf dem Busch Da sind die, das sind die, wo gejagt werden Nein, rechts sind doch auch noch welche Gut, tschüss Hier sind die Guck Achso Guck Die campen hier drinnen Aber guck, jetzt ist meine Hand weg Von hinten Von hinten Von hinten Geil 105 wasch ist Crack Ja, geil Erst shoot Crack Erst shoot Crack On me, on me, on me, on me Behind you, behind you Finisher, finisher Nice, nice, nice Ich kann nicht bauen, ich kann nicht bauen Ich kann nicht bauen, ich kann nicht bauen Sorry, sorry, sorry Ich, hä? Guck mal, ich kann nicht bauen Ey, ne, ganz ehrlich Ich bin auch Frau Wann Mann, nein, ich hab in deiner Stair drinnen gestanden, Scheiße Ich kann da aber, ich kann da auch nicht bauen Weil wieder mein Hyping war Ganz ehrlich, ist Super Die fällt überall Hyping, Digga Ich fack doch so ab, wie es dir drecks geht Ja, Davison 4 Ach schön, juckt mich nicht Heute sind wir grad Abs Heute ist Abs Ein schlechter Tag für uns irgendwie Nee, heute ist gut Was ist denn gut, Digga Du bist so scheiße, Alter Warum Ich glaub Before The Sh standing Versich per Jetzt fühl mal wieder so in ekliger Verzögerung, Digga. Hm. Wohin? Um. Slurpy. Ja, okay. Weil Slurpy steht für Swappy. Swappy Swamp. Haha. Komm welche mit? Ja. Die kleinen Doodle Säcke, alter. Ich hab ne Epic Chess. Und Skava drinne. Hop-Jet. Hop-Jet. Du Pump. Wirklich? Der weg. Mit dem BG, Digga. Ich hab auch nen BG, aber den nehm ich nicht. Ich hab ihn einfach gejust. Aber bei dir ist doch keiner mitgelandet, oder? Hier ist jemand mitgelandet. Wär aber nicht bei dir hinten mit, meine ich, Schätze. Hinten glaub ich nicht. Bei dir irgendwo. Ja vorne sind die beide gelandet. Machst du das noch? Und schon ein bisschen warfuss. Fuck. Ich hab auf jeden Fall guten Anfangs-Loot. Also ich kann mich nicht... ...beschweren. Das ist nur irgendwie Pump, glaub ich, oder Tag. Ne, ich hab ne... ...ne Grau-Tag. Minis? Nimm mal, mal, mal. So, wo sind die Gauner? Ich hab solche Legs. Lass mal auf die raufgehen. Mit dem 200er Ping, okay, gerne. Warum hast du so'n Ping? Warum der B-Lang grad scheiße ist. Schon seit heute, keine Ahnung warum. ... oder mir. So fast hab ich gebaut. Da unten. Und da ist glatt. Ich hoffe, einer kommt hoch. Steht-Track. Beide sind nach unten. Beide sind nach unten. Einer steht-Track. Da. Da unten. Da unten. Genau da, wo ich die Marks hab, war mit der. Ich hab solche Legs Hilfe. Diese Cock addressed. Ob, einmal schweigen wir noch nicht gemeldet. Oh und miser des Def kampenzen hinein. Kurven. Bolten. Nein meiner ist weit. Ja, schön. Ihr seid so ich e-claps. Eure Mutter hätte euch verkaufen sollen. warum bin ich eigentlich so lustiger ich verstehe es nicht hier ist einfach alles mit oder was hatten wir hier dabei diesen übergroße sloppelze bei mir ich habe mir nicht dabei sechs und im kultus den auch die größten pro spieler sie haben sich darauf einiges waren müssen sie hat impuls müssen die hätten schlau spielen können am besten nicht so einfach gewesen für uns fürs haben die impuls wenn sie nicht nutzen frage ich mich das ist wie wenn du ein kondom hast aber das ist nicht benutzt ja ja da sind der beste vergleich aber es ist irgendwie so hallo großer schluck kurse schluckst du mal die andere mädchen genau warum bin nacht denn hier hat 16 kickel das k und ich habe zwei bg ist und sechs minis ich habe sechs minis und polis ich bin ich hoffe es wird boogies geben keine ahnung du kannst davon zehn stück sammeln das ist halt so opa wo sind die jetzt der hand das helfen gehen wir mit selber noch der ja seit wann bin ich sportlich alter ich nicht sportlich aktiv was ist denn da schon wieder mein sohn ich esse gar nicht als ich bin so los wie fällt jetzt das auf dass ich einfach zwei text habe im inventar und keine ah ja gut die campen irgendwo bei hand ja ich hoffe hier erst mal auf eine ah was bekomme ich eine p90 ich hab einen short wir sind mal im blutec noch mal impulsis falls es hat um niemand gesagt hast du bist hässlich haha das war so hat es jetzt eigentlich geschnitten nein aber ich wollte es nur so gesagt haben ah ok danke da jetzt werde ich erstmal wegnehmen alter da musst du eigentlich sagen falls es nicht gesagt hast du bist schön heute ist aber Gegenteilstag sorry vor uns big fight oh nirg oh nirg oh nirg oh nirg dann einer knock oh nirg oh nirg vor mir nirg seine war noch wollten ich komme von oben und gehen ich nehme kurz media vor uns sind ja noch die anderen gegner die eliminieren sollen die kämpfen die kämpfen oder wirklich ich glaube ich gehe mal auf berg doch oder nein die sind safe hier aber safe oben berg 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 sind die an der hütte mäßig ja im bus ist auch noch einer ich glaube schon der ist keine blumen ist einfach weg ich habe kein blumen lasst du auf den gehen der vor die ist wir haben keine folgt den gelben kreis folgt den gelben kreis macht so schlimm tuch da unten oder bestimmt fluss ich habe getroffen was man kriegt falsch an von der scheiße ich habe gebaut aber baut wieder nicht wegen meinem hyping Hat nen Hit, hat nen Hit geschluckt Wir wissen so und ich hab richtig wenig Wildlife Hast du Bouncer Impulsicht irgendwas? Ich hab gar nichts Scheiße Hand ist abgelaufen, egal Ich bin tot Hacker, 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 Hacker when wir Du kannst aufgehen, Digger, Hacker Du kannst dich zu, und ist nicht deine Schuld Ist nicht deine Schuld Hä? Hat er dich von außen L smoking? Ausl Kogern durch die Treppe fifa Hättest du wehen müssen Digger, ich war bei der Treppe da hätte mich gar nicht sein können das gibt ein headshot cool ne ich habe überlegt ob ich mir was wir wollen aber kennst du das heißt man phobia ist so groß was das ist das ich habe mir so berechtigt das holen soll wenn ich es mir holen musst du sie auch holen okay dann gehen wir zusammen geisterjagd oder okay kennst du fassmophobie kennst du das game sagt mir was ich bin doch hand of blood oder so das game ist so geil da müssen wir zusammen die geisterjagd gehen digga und dann geht's ab baby hey wieso wissen wir schon eine runde nein du bist nicht drinnen so Bist du bei der ... 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 Das ist der Grund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach dieses game schon wieder Fisch ist ja Dings Okay. 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 Hmm. Und? Ah. 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 Okay. 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 So, so 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 I so We play now, a little bit Ähm. Hm 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 hm. Na, schwirrm wir denn. Ja, hier. FFA Boxfight. Ja komm wir schwirrt mal ein bisschen. Äh, Trio Arena. Die sollten gleich da sein. Ich mach noch so lange ein bisschen warm-up So, und was geht denn jetzt hier ab? Wie lange sind wir jetzt schon? Ja ok, 1,20 Geht doch mal Wir können nicht, da läuft die Schnauze Ich bin jetzt in Schnauze Ich bin schon so cool Du wirst mich bielen Ich bin noch so schnell Ich bin ja Na Okay I'm gonna be able to fix it I'm gonna be able to fix it Here, I just hit him I'm not going to play that Das war's. 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 Und so. Das war's. Das war's. Das war's.